Gratulation an den Niko und an Wolfsburg zum Sieg. Zwei Monate auf dem zweiten Platz, viel, viel Lob freundlicherweise. Nach einer Minute, wir haben ja gewusst, wie gut Wolfsburg ist, ein total schlechtes Staffelung, 1-0 und dann war es okay. Mit der zweiten Chance macht Wolfsburg 2-0 wieder, ganz, ganz schlechtes Verhalten von uns. Und am Ende verlierst du 6-0, was soll ich da noch sagen, am besten einfach sage ich nichts. Dann sage ich nichts Falsches. Dankeschön. Die Frage ist ja immer, wechselst du dann viermal aus, wenn eine Mannschaft dann 3-0 hinterlegt? Kannst du nicht so genau sagen. Unser Gefühl hat gesagt, lass es mal so weiter. Lass sie erst mal noch so weiterspielen, aber auch das war vollständig falsch. Wie alles, was wir gemacht haben, offensichtlich einschließlich mir.